Hallo und herzlich willkommen bei Aufmahn, deiner Marke für funktionelle Fitness in Deutschland. Wir vergleichen heute den Velitis Quad Ultra mit den Victory Grips Tactical und sagen euch, wer besser ist. Also wir haben ein Video bereits über die Victory Grips gemacht und auch über die Velitis. Also wenn ihr es genauer wissen wollt, jeweils einfach die Videos nachher anschauen. Wir gehen jetzt wirklich auf die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten ein. Also wichtigster Punkt, beide Grips sind No Chalk Grips. Also ihr braucht keinen Chalk für die Außenfläche, denn die halten wirklich einfach so. Vor allem bei rutzigen Stangen. Ich feiere das wirklich extrem. Ich weiß noch, bei Italian Showdown war es unfassbar heiß. Ich habe geschwitzt, kann man sich nicht vorstellen. Und wenn ihr da nach jedem Satz joggen willst, hilft es irgendwann auch nichts mehr. Und mit denen hier braucht ihr keinen Chalk, sondern springt einfach ran. Also wirklich ein absoluter Game Changer. Vor allem wenn ihr viel schwitzt oder wenn die Stangen sehr rutschig sind. Da sind also die beiden relativ ähnlich. Jetzt gehen wir aber auf die Innenseite. Da haben wir hier ein wirklich stabiles Material, was aber auch relativ hart ist. Die sind 1,35 Millimeter dick, also eher dünn. Und die hier sind 2,9 Millimeter. Also schon ein gutes Stück dicker, also über doppelt so dick. Aber wie gesagt, ist das relativ hartes Material. Das hier ist brutal weich. Also viel, viel angenehmer auf der Haut. Wenn ihr da ein bisschen den Effekt erzeugen wollt, müsst ihr ein Sandpapier nehmen und das Ganze aufrauen, dass es einfach ein bisschen weicher wird. Der hier ist automatisch schon echt weich, aber halt auch ein bisschen dicker. Dann schauen wir uns als nächstes die Handgelenksbänder bzw. den Glettverschluss an. Also Velites hat wirklich ein angesetztes Klettband hier unten, relativ dick. Bei Victory ist das wirklich ein fließender Übergang. Aber ein anderes Material. Wir haben hier das Stealth-Material, das ist ein gutes Stück weicher als eben die Innenfläche zum Beispiel. Deswegen auch angenehmer auf der Haut. Und viele sehen das als Vorteil, dass der hier relativ breit ist, weil er einen besseren Halt hat. Aber man muss tatsächlich sagen, der Klettverschluss von Victory Grips ist ein Stück besser. Der hält immer noch gut, aber nicht so gut wie der von Victory Grips. Und ein anderer Punkt ist, der ist relativ dick. Das heißt, wenn ihr es zum Beispiel für Clean & Jerks oder so nutzt, ist das ein relativ guter Support sogar fürs Handgelenk. Also ein bisschen so wie ein Wristwrap. Der hier ist saudünn, den kriegt ihr eigentlich fast nicht mit. Aber dann wieder auf der anderen Seite. Wenn ihr mit dem hier Handstand laufen wollt oder euch oben beim Muscle ab rausdrückt, kann euch der ein bisschen unangenehm in den Handgelenk reindrücken. Den wiederum merkt ihr wieder nicht und ist ohne Problem. Könnt ihr ihn einfach dran lassen und ihr spürt daran nichts. Bei den Velites haben wir hier eine Metallöse. Bei Victory Grips ist es einfach ein Loch im Grip selbst drin. Vorteil von dem hier ist, der reißt wirklich eigentlich in der Stelle überhaupt nicht ein. Hier kann es sein, dass sich dieses Band so ein bisschen verschiebt an der Öse. Da sieht man, das kann sich verziehen. Passiert eher selten, vor allem wenn ihr darunter noch irgendwie ein Schweißband habt. Aber sollte man trotzdem beachten. Der Velites ist rein als Fingerloser, als Grip ohne Fingerlöcher erhältlich. Victory Grips gibt es genauso oder eben als Drei-Finger-Variante, Drei-Lock-Variante. Finde ich persönlich ein bisschen besser. Aber letztendlich gibt es sehr sehr viele, die auch eben die Fingerlöse-Variante mögen. Zur Haltbarkeit. Relativ ähnlich. Ist natürlich extrem abhängig davon, wie viel ihr trainiert und wie die Stangen ausschauen etc. Tendenziell dadurch, dass der ein bisschen dicker ist, ist das Hauptmaterial ein bisschen langlebiger. Aber wie schon gesagt, der Klettverschluss ist bei Victory Grips ein bisschen langlebiger. Zur Not könnte man mit Tape oder so nachhelfen, aber bin ich jetzt auch kein so ein Fan davon. Aber overall gesehen, beide relativ gleichwertig. Je nach Nutzungsintensität und Volumen, zwischen zwei und sechs Monaten im Normalfall, halten die Dinger. Zum Preis. Die Velites Grips sind ein gutes Stück günstiger als die Victory Grips. Außerdem habt ihr hier auch noch ein Wristband dabei. Also der Punkt geht an Velites. Kommen wir zur anfangs gestellten Frage. Welcher der Grips ist besser? Persönliche Meinung, Victory Grips ist für mich der Favorit, weil ich einfach nicht so dicke Grips mag und am Handgelenk auch eben nicht so viel haben will. Aber nichtsdestotrotz werde ich auch den in ein Training einbauen, weil der Grip schon echt brutal gut ist und innen ist er schön weich. Also hat auf jeden Fall auch seine Vorteile. Ihr müsst entscheiden, was euch besser liegt. Der ist ein bisschen minimalistischer am Handgelenk und an der Handfläche. Der hier hält wahrscheinlich schon nochmal ein Stück länger. Wenn du denkst, wir haben einen guten Job mit diesem Video gemacht, lass bitte ein Like da. Teil das Video mit jemandem, der sich noch nicht entscheiden kann, ob Victory Grips oder Velites. Und wenn dir irgendwas gefehlt hat, dann schreib es einfach in die Kommentare. Der hier fehlt. Das macht ein Big School mit jemandem, der sich noch ein Kritiker über den Arbeitsplatte. Und wenn du dich nicht nächst, dann schreib es einfach in kleinen Augen. Und wenn du dich nehmann bist, dann schreib für dich auch gerne. Okay, dann schreib es nochindustry. Dann schreib damit an Messenrät.